Wir brauchen heute auf jeden Fall einen Win, 20, Subgifts für dich, wenn wir gewinnen, wir beide leben. Ich hab mich wirklich gerade übel am sweaten, aber dann ist halt... Ja, alles cool, war cool. Und direkt daneben das Schlafzimmer mit fünf aufblasbaren Betten, wo wir dann alle jetzt pennen können im 72-Stunden-Stream, weil wir ja auch filmen werden, wie wir schlafen, wenn es halt 96-Stunden- oder 72-Stunden-Stream ist, ist er durchgehend an. Und das sind die vier Räumlichkeiten mit überall Kameras und das wird einfach so geil, Mann. Das wird unglaublich nice, vor allem, wo wir gestartet haben, ist halt geil. Gestartet haben wir damit, dass Amar, Hanky und ich einfach unsere PCs durch ganz Deutschland fahren und die bei dir in deinem... in deiner alten Wohnung noch in deinem Zimmer aufbauen, längs. Ja, richtig. Das ist so krass. Das ist richtig. Du kannst hier am Anfang easy die Zäune mitnehmen und die hacken, das macht sich instant auf 500 Holz. Das stimmt. Ich hab einen Knochen gefunden. Der ist da, der ist nach rechts. Lass sie abfallen, dass wir auf das Haus gehen, schnell. Da ist er jetzt, da müsst ihr beim gelben Haus jetzt sein. Okay, natürlich. Ich hab noch... Gib mir schnell, gib mir schnell Mini. Äh, Mini. Hey, spielen die Profis die Hebelschrotflinte? Das muss ich mir jetzt schnell wieder sagen, ob die gut ist oder nicht, die Hebelschrotflinte. Bei unserem Level ist scheißegal, was die Profis machen. Nein, nein, ich muss wissen, ob die Waffe gut oder schlecht ist, weißt du, was ich meine? Das ist auch für mich wichtig. Weil wenn ich jetzt... Baust du eine grüne M16? M4? Ja. Ne, brauche ich nicht. Ich bin AK. Ich bin AK-Player. Oh Mann, was war das denn? Ja, du hast mir eine Leiter gebaut. Da sind sie, da sind sie. Sehen sie uns? Das machen wir jetzt. Die sehen mich, ja. Einige läuft über links jetzt, über rechts meine ich, beide. Hab ihn gehltet, 104. Der ist sauer. Hab noch meinen, 104 gehltetet. Ja, wir gehen drauf, jetzt gehen wir drauf. Ich hab beide 104 gehltet. Echt, echt, beide lebt nochmal. Wo, wo, wo? Nicht auf mich, nicht auf mich. Was war das für ein Shot überhaupt? Von die. Da ist er, pass auf. In der Tür, pass auf, in der Tür. Chill. Was hat der für eine Waffe? Kann man nicht durch die Tür schießen? Aber down, aber down. Push, 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 push. Echt, jetzt? Das ist ein Ultraloss. Beide geholt. Oh, sick. Nein, 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 nein. Sag nicht. Okay, dann spiel mit Charge. Das waren die schlechtesten Fortnite-Spielen, die ich jemals gesehen habe. Okay, lass weiter looten. Ich hab sie noch nicht gut ausgerüstet. Und das meine ich gar nicht abwerten oder böse. Ein bisschen schon. Also, die haben von mir einfach ein Double-Kill kassiert und ich hab gespielt wie ein Haufen Elend-Scheiße. Ich hab noch nie so schlecht Fortnite gespielt und für die hat's für ein Double-Kill gereicht. Der eine war neun und der andere war sein jüngerer Cousin und der war sechs. Und die sind beide bei mir seit drei Jahren sub. Oh, Scheiße. Ey, Fortnite ist wirklich ein insane gutes Game. Also, wenn das jetzt der Durchschnittspieler wäre, ne? Ja, ich weiß, was du sagen möchtest. Die Leute hätten, das wär's für immer gewesen, wenn man es irgendwie schaffen würde, ständig neue Spieler nachzukriegen und dass das der Durchschnittspieler ist. Es ist nicht möglich, dass das der Durchschnittspieler ist. Ja, es geht in keinem Game. Aber wenn sie es schaffen würden, ich würde jeden Tag immer noch Fortnite bringen. Ne, wir können jedes Season, die kommt, einmal Spaß haben in Fortnite. Ja. So lange, bis wir halt so viele Punkte haben und es keinen Spaß mehr macht. Machen wir ein paar Cours. Wir sind in die Zone, oder? Wir sind mitten in der Zone. In die Mitte der Zone. Okay, dann auf geht's in die Mitte der Zone. Ich bin nicht Full-HP. Ohne 200 HP kann ich keine Feits gewinnen. Da bin ich mental schon gebrochen. Ja, ja, ist so, ist so. Oh. Das schmeckt natürlich. Was hast du denn? Muss man abgeben auch, ne? Ein schweres Sturmgewehr. Ein paar Biggies. War nur ein schweres Sturmgewehr drin. Ja, und eine Trash-Waffe noch. Also, das war eine grüne Shotgun oder so. Also, wenn du die haben willst, bedien dich. Rechts, Baut. Neben uns, what the fuck? Oh, die müssen wir jetzt feiten. Pass auf. Boah. Die Sweaty. Naja, also die pieken und dann pieken sie wieder zurück. Von der Sweaty, das hält sie das in Grenzen. Bewegt nicht immer. Gebt halt immer in Bewegung. Die Baren hoch, die machen ganz hoch jetzt gerade. Action hoch. Action machen die. Die werden gerade von den Leuten gepusht. Die werden von den Leuten gepusht. Ja, ja. Schade. Lass einfach auch drauf pushen. Einfach schießen, oder? Sicher? Ich hab nicht so viel Munition. Ja, ja. Oh, mein Essen ist da. Scheiße. Dein Essen? Ja. Warte mal, du bestellst eine Spedition und dein Essen? Nein, meine Freundin hat Essen gemacht. In unser Fortnite-Gameplay? Oh, ja, ja, ja. Scheiße. Warte, warte kurz. Ich muss es kurz abholen. Gegner hinter uns. Der hat noch ein Fünfer-Hit. Danke. Gegner hinter uns, Gegner hinter uns. Gegner hinter uns. Beide haben 105er-Hit. Hinter uns, Gegner hinter uns. Hallo? Und vor uns sind doch auch noch Gegner. Was willst du jetzt? Mann, mein Essen wird kalt. Wir haben den Push-Shirt. Beide haben 105er-Hit gegeben. Beide. Können wir nicht schnell gewinnen, einfach? Lass die pushen. Beide haben 105er-Hit. Los, 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 los. Giga-Law, der Typ. Oh, Gott sei Dank, du hast mir mein Leben gerettet. Der andere ist One-Hit-Spiel. Du hast mir actually mein Leben gerettet. Da, dass sie mir bitte. Ich baue doch das Spiel eben, Mann. Hast du noch irgendwas zum Heilen? Irgendwas? Da ist doch ein Medi-Alter. Schnell, hoch, hoch, hoch. Wieder fit machen, fit machen, fit machen. Da kommt die nächste Gegner. Mach dich fit, mach dich fit. Dürfen sie nicht. Die haben Push-Verbot. 110er-Hit, boom. Sag ihnen, die haben Push-Verbot. Ja, haben sie jetzt. Da haben sie 110er-Hit gegeben. Ich habe keine Muni mehr für die Sniper übrigens. Gib mal was. Das sind die gleichen von eben, komm schon. Pass auf, pass auf. Was denn, was denn? Der ist doch über uns, der sieht dich da. Ich habe den alten Turm jetzt eingenommen. Hier, ich bin jetzt mal auf meinem Turm. Da sind welche, Achtung. Die sind auf Krawallgebürst und das nicht alles zu wenig. Oh, was? Das stimmt, die sind wirklich auf Krawallgebürst und... Moment, ich probiere mal kurz was für meine leckere Rügel. Wieso isst du denn immer, wenn wir Fortnite spielen? Ich esse immer abends. Und die Spedition. Ja, die Spedition... Sag mir einen Streamer, der um 20 Uhr ist. Einen. Oh, ist das lecker. Das ist schade, weil du auch ein guter Freund von mir bist. Weißt du, was ich meine? Hm. Hm, lecker. Hey, das gibt mir Power. Du verstehst es, glaube ich, nicht. Und deswegen ist man 14 Uhr. Da stehen. Von links, Südwesten, 255, 240. Ich glaube, du bist der nervigste Fortnite-Spieler, den es gibt tatsächlich. Mit der Sniper. Mit der Sniper. Du fackst die Leute einfach ab. Ja, die sind nur noch so ein Metallding. Hab eingesniped, genockt. Tot? Ja, ja. Da unten, da unten. Die pushen, wir kommen. Unter uns. Ja, ja, die pushen, ja. Ja, du musst öfter pingen, Alter. Das hast du früher noch. Unter uns. Okay. Sein Mate hat ihn verkauft. Ich weiß nicht, wo sein Mate ist, aber er wurde verkauft von sein Mate. Wer ist noch ein littiges Sniper? Cool. Ist hier noch eine Shotgun irgendwas? Ja, eine blaue Pump. Äh, blaue. Oh, der Mini, sag das doch. Haben wir da hier oben rein? Ich dropp's dir hier nicht. Ist das hier wirklich safe? Ja, ja. Ich hab das so fest überall zugebaut. Oh, das war ein sauberer, solider Sniper von mir. Guter Finish. Wir müssen in die Zone. Sicher in die Zone. 105er Hit. Hier oben liegt ein Biggie, den nehme ich mit. Alarm. Ich verleihe mir ein Schild. Hast du einen 105er Hit kassiert oder gemacht? Ich hab ihn gemacht. Okay, Abbruch. Ich feite ihn doch nicht. Ja, ja. Ich warte auf dich. Und ich hab übel Lust noch was zu essen. Der haut auch ab, glaub ich. Jetzt über den Technik, glaub ich. Warum? Attack doch nicht. Die greifen, von links greifen ich auch noch zwei an. Bist du bei mir jetzt mal? Das war's, das war's, das war's, das war's. Over. Wir sind beide tot und du weißt es noch nicht mal. Oh, du tust mir so leid. Dass du so naiv Fortnite spielst. Hat mich eingetörtelt, sind beide über mir. Ja, sind auch beide über mir. Ich muss mein Essen zur Seite legen. Scheiße, jetzt muss ich echt mein Essen zur Seite legen. Ich bin so wütend. Also darauf, dass ich mein Essen zur Seite lege. Ich bin so wütend. Ja, aber nee, du musst am Leben sein. Du musst am Leben sein. Und wir beide leben. Wo bist du über mir? Oder unter mir? Ich weiß nicht, wo ich bin. Der hat einmal gebaut. Gib mal Munition. Gib mal, gib mal, äh, nicht Munition, äh, Materialien. Ich hab null Materialien. Null? Null. Also ich hab null, null, 300. 240 Eisen. Okay, nimm das, nimm das Restliche wieder zurück. Wir müssen moving jetzt. Gib mir noch, gib mir noch ein bisschen Holz oder so, bitte. Hab ich nicht, ich hab 39 Holz. Oh mein Gott, wir müssen, wir müssen moving. Komm, 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 unten lang, unten lang, schnell, schnell, schnell. Der ist hinter uns, wir können ihn jetzt abfacken. Da ist er. Gepingt. Der musste in die Zone. Wir haben ihn. Ja? Eigentlich ja. Rechts auch nochmal Spieler. Ja, ich muss. Wir machen Big Bounce. Big Bounce. Wir zweiten gegeneinander. Da ist auch noch ein Biggie, der da liegt. Okay, komm, wir engagen jetzt. Ich hab mich gerade für den GG zu engagen. Der ist doch ein Busch, das ist doch geil. Der ist doch ein Bussch, das ist doch ein Sane. Komm her. Oder? Okay, du gehst in den Busch, du gehst in den Busch. Nee, nee, wir engagen. Die sind da, die falten dich. Hits, zwei Hits, zwei 33er Hits. Über, strong. All good. Push ich nicht weiter, push ich nicht weiter. Wir haben üblen High Ground. Drei Gegner noch. Wir müssen alle drei Gegner... Ja, ja. Da liegen Metz, hat einer gestorben. Die Mini, die ich gefickt hab da. Die sind alle unter uns. Schieß, 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 schieß. Der hat keine Metz mehr, der hat keine Metz mehr. Safe? Welcher? Ja, ja, der da unten, der da unten. Wir engagieren jetzt mit dem Down-Train. Da ist ja keine Armonie, keine Armonie mehr. Wo ist er? Neben mir. Der letzte da oben. 2 gegen 1, 2 gegen 1. Schaffen wir, schaffen wir. Ich muss mir nur Minis geben. Der ist unter uns. Wir haben jedes, alles, was wir brauchen, um das zu gewinnen. Gib mir Minis. Der hochkommt, der ist über, der Sweat. Gewonnen. Ja! Oh! Oh mein Gott, wie gut! Wie scheiße gut! Halt's Maul! Sag! Hey, das ist es. Das sind 20 Subs für dich. Hm. Während du gegessen hast. Hm-hm. Kleiner Scheißgill. Wer ist hier so leise im Hintergrund? Revi ist da! Ich aber, ich weiß nicht, wie sich der leise ist, aber ich hätte es auch nicht. Ich dachte, der Revi hat über die im Hintergrund im Hintergrund gemacht. Hallo? Ja, ist gut, so ist gut. Ja, so ist gut? Ja, so ist gut. Was geht? Äh, nichts.